Bagger Simulator Ich bin hier nämlich fleißig am Baggern Wie ihr seht Ne So, ich bin gleich fertig hier anscheinend Wollen wir es sehen Ne Der Loch ist genug Ah, als erwartet, glaub er sich so schnell So, wir sind noch gleich fertig hier anscheinend So Ich bin fertig Ach, ich brauch das nicht immer so perfekt machen Scheiß drauf Fertig Was war das? Was stand da jetzt? Platziere, hab ich doch Fülle das Loch Ach, das Ding ist drin, alles klar Und jetzt kann ich das füllen Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auch hiermit wieder machen kann Scheinbar ja Ups, ich muss mal spüren, aber ich muss mal so ein Bad Fest nehmen So Okay 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 Bleib Loch wieder dicht, ne das ist ja ne gewisse Sache Nein Auf jeden Fall erstmal einmal mal eine Kamera ausrichten hier irgendwie stehe ich schief Und ich stehe um gerne schief Weil wenn die schief stehen wollte, dann wär ich Äh 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 Warte mal ganz kurz Man rief, man eif, die stehen da Alles klar Alles klar Alles klar So 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 Wie am Falschen Gabel lauft, ne Und jetzt, die Gabel sag ich schon, die falsche ist hier, um die wisst, was ich vor dem Gehör. Ey, da bleibt schon mal drunter was liegen und die Ferndinge. Ey, da nicht daneben fallen die, das ist eine Ferndinge, ne? So geht das ja nun nicht. Du hast ja noch einen kleinen Fisch im Wasser, ne? Es wird, es wird. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob ich das hätte besser machen können, wenn ich da einfach gleich ein anderes Ding da drin hätte. Aber wir werden es ja sehen. Ich bin schon zu hoch, aber der O-O-Tay mit dem Auto rein, ich weiß egal. 14% haben wir auch schon. Ja, schön. Da sind wir in den Loch gekommen. Sorry. Ups. Okay, nun bin ich reinladen. So, ich glaube hier noch ein bisschen reinladen und dann werde ich den noch reinfällen. So, ich fahr den mal weg. Und ich mache das mal mit dem anderen Ding jetzt eben, bestimmt planen. Oh. Ich bin gegen den Haus. Ich bin gegen den Haus. Hat keiner gesehen. Entschuldigung. Scheiße, und das ist am Montag auch neu. Gibt's ja nicht. Ups. Halt. Ohohohohoho, habt ihr das gesehen? Da bin ich nur kurzfristig einfach so mal eben hin. Halt. Ganz locker bleiben, ich lege. Ich muss eben im Außenansicht, weil ich eben, ich muss eben sehen, wo ich hinfahre. Okay. Der Rasen ist kaputt. Ach. Tiki ist ein Alter Ekel Na klar, ich bin natürlich wieder ein Zeitschul, aber super Komm, gib mir da nicht rein Ooooooh Schade und runter mal gucken so den machen wir mal zu ja der freunde sie wenigstens dass hier noch gegen einer loch gebaut kollege das schaffst du oh meine backstelle So, ich glaube, ich werde das jetzt anders machen. Ich werde das Schaden machen. Kabinansicht. Was ist das Loch denn? Ups. So, dann wollen wir hier mal eben platten gehen. Ja, Kabinansicht ist auch geil. 63 ist ja schön. Das hat geklappt, mein Plan. Naja, die Nachbarn freuen sich. Machen die anderen Spielplätze. Ja, 63,5% glaube ich jetzt. Gar nix. Nix gut läuft. Scheiße. Ich höre ein riesen Loch in der Tone. Oh, was ist das? 64%. Ja, das ist, äh... 10%, worauf wir die noch herkriegen. Andere Seite, glaube ich mal. Ich hab's gar nicht mehr. Ich hab's gar nicht mehr, ne? Ich hab's gar nicht mehr. Ich hab's gar nicht mehr. Oh, ein Prozent mehr. Ich muss hier mal gar nicht ausgucken, was sich da jetzt passiert. So, runter. Wir wollen schnell kommen. Oh, geschafft. Unpräzise. Schub wurde bewegt in den Angehörden. Lass da laufen. 15 Minuten. Geht doch, wir haben es geschafft. Genaß. Ist egal, nicht perfekt, aber darum geht es ja nicht. Scheiß drauf. Also, oh, wir haben es wieder geschafft, Auftrag. Also, so langsam wird das was. Und ich bin so ein bisschen begeistert. Es macht Spaß. Also, meine Lieben, bitte Mürgen, in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.